bernert ich trinke zu faste gaul ok da ist du musst dann direkt joinern sonst stellst unser basis verloren ich verlor du musst selber nicht nennen kann bernert ich hoste nun gaul ist gehostet lünderer nähern sich erster bernert lünderer bereiten sich vor erster bernert anzugreifen ich bin in der weg ich bin do ich bin rechts ich prob mich halt was passiert wenn man einfach die angstzone gleich länder als die basis macht dann können sie gar nicht stellen wir werden mich jetzt beschützen ja aber die werden wahrscheinlich halt die derer in reisen ja und wo sind wir jetzt wieder länder leiten sich immer noch vor wir haben uns noch zeit bernert auch schon eure hängers mahlzeit greifen jetzt greifen sie angeblich nicht nix siehst du bei dir was nein oder ja nein nein ich bin nimmern woher kommen sie saufi saufi ohja ich sehe sie nicht m trick alter ja alter rück mal m alter das ist das ist der sicht der der ist der 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 Blake, der Jäger, der geht zu uns, wo er gar nicht an unserer Basis ist. F***. Alter, du kannst doch schnell durchpeitschen, ey, das ist mächtig. Ups. Nee, auf, das ist der Freund. Der Grüne. Ich kann ja nicht auf mein Freund schieben. Nee, auf. Mach's ihm schade. Der Ersatz ist nicht mehr. Ja, und jetzt? Fertig. GG. GG. Eine Leistung. Hat er eigentlich... Zucatschur? Ja, das ist seltsam. Äh... Du müsst doch Enna sind. Tora! Tora? Bennet, aber die Tora wird mit Haar geschliffen. Ja, das wird... Ja, das wird... Mein Name wird mit Haar geschliffen. Das hier ist jetzt wie die... ...die... 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 ...dennen die sich selbst... ...die benennen sich selber zum Beispiel Butt Blaster. Ich? Ja... ...ja... 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 ...doch... ...das war zufällig, dass der Butt Blaster heißt. Tabitha, die hat nur 700 HP. Tabitha ist auch schön in der Arm. Oha, ich fühle mich sehr unglücklich. Ich bin obdachlos. Was? Siedler? Dann müsste er mich aber noch richtig benennen, wenn das ich sein soll. Die Tabitha ist obdachlos. Mit D-H. Jaaa... ...jaaa... ...jaaa... Jaaa... ...ich benenn dich um... ...jaa... ...ich weiß nicht wie... ...da doch... ...denn die blauen Haaren? Jaaa... ...oha... ...doch... 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 ...dich... ...die ist halt so... ...ich kann noch ein Bett bauen... ...jaaa... ...jaa... ...jaa... ...ich hab noch Walli... ...ein Bett kann ich noch bauen... ...jaa... ...ich mach es da hinten hin... ...dach oben links... ...om Rand... ...dich ist ja wache... ...dann schläft sie außerhalb oder was da... ...ähm... ...hat sie schon mal Bad waren auf jeden Fall... ...äh... ...jaa... ...komm, zie ich da hin... ...komm... 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 ...dach, nix... 한 STEM 앞으로... ...haaa... Nein, nein. Achso, nein, das ist die Wache. Thoradikana, du bist ja ganz normal. Also du kannst nichts Besonderes wie alle anderen. Oh, ich würde was Besonderes können. Zumal der Manfred sieht doch cool aus mit seiner Frisur. Schönen Brillen. Bitte. Das ist der Professor. Das sah ein Jude, der mit dem weißen Bart. Achso, ja. Ja, müsste es eigentlich. Das muss ich machen. Was ist denn das, Sid? Du hast ja noch einer frei. Wo kommen die ganzen Leute her? Ja, ich also, ich habe gescheinlich ein paar geholt. Oh, da komme ich. Oh, da komme ich. Oh, da komme ich. Aber jetzt haben doch alle was, oder? Doch, alle haben, oder? Da auch überm Kopf. Bernadette. Oh, also die Bernadette. Was? Wo ist die Bernadette? Doch, die haben wieder acht. Nein, das ist nicht meine Bernadette. Nein, das ist nicht meine Bernadette. Ja, nein. Mitkann, wie das gehört. Ich habe noch einen Katzen aus. Ich bin kciaier. Ich bin kciaier. Ich habe noch einen Katzen auf. Ich bin kciaier. Aber ich bin kciaier. Ich habe mich auf den K Paulusовать, Das kann man jetzt nachdenken. Du musst die Quests machen oder was weiß ich nicht. Wir müssen die Spinnenkönigin töten. Sollen wir die Spinnenkönigin töten? Nein. Aber das ist eins von der Sache, die man machen kann in dem Spiel. Wie kriegst du 10 Frostscherbe? Hast du die müssen sammeln? Die kriegen wir dort, wo es auch die Spinnenkönigin gibt. Wie schnell krieg ich 10 Frostscherbe? Relativ schnell. Wie schnell krieg ich 50 Frostscherbe? Relativ schnell? Wie schnell krieg ich Vienenbrust? Ja, ich brauche 10 Frostscherbe. 1, das sieht aus wie Diamant, aber das muss ich halt auch im Eisland. Im Untergrund, das sieht aus wie Diamant. Das baue ich auch, dann krieg ich 1 Frostscherbe. Ja, da muss ich hin. Ja, Bennett. Baue Brot. Bei mir geht's nicht. Wie schnell krieg ich mal ein Scherbe. Bei mir geht's nicht. Wie schnell krieg ich mich nicht. Dann krieg ich die Scherbe. Hier ist das noch zu tun. Ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Brot, du musst dir die Tomaten meistens auch mitnehmen Nee, Boot hast du gesagt, soll ich machen? Boot, das kannst du einfach so bauen, wenn du eh drickst rechts die Pfeile Holzboot Hast du das Holz drinnen gelegt? Nee, das haben die abgebaut So viel Hat Bock Alles was da drin ist, hab ich nicht drin gelegt Jeder trug Und dann noch Scheiße Mich Honza, was wollte ich jetzt machen? Boot bauen Was fresse, damit du wieder voll bist Kannst du einfach da Essen rausnehmen Aber was brauch ich nicht, Gold hast Brauch ich nicht Voll Brauch ich wirklich nicht, ja Gut Dann hast du Essen dabei Ich brauche nichts Essen nicht Ja, du musst essen, weil du nicht voll bist, du nicht mehr voll Ich bin ein Ja, du musst Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, du musst dich nicht mehr Ich weiß nicht mehr mehreren Scherien in Wendor? Was stimmt denn da nicht? Was? Lauter Scherien in Wendor? Ich hab eine Schere. Und dann? Wieso warst'n die hier her? Die hab' ich schon gesucht. Ja, hm. So, und jetzt? Hast du ein Boot? Ich hab ein Boot. Dann komm mit, Weihnacht. Komm mit. Da bin ich noch. Ach, hast du das Boot ausgerüstet? Ich muss da ins Wasser. Schick mal F. F? Ja. Naja, du musst das Boot ausgerüstet mit Rechtsklick oder was auch immer. Das muss da links drin sein. Das muss unter deinen Schuh oder so. Ist das so ein Slot? Ja, genau. Jetzt hast's. Jetzt müssen wir an der Rand gehen. In der Map. Egal ob obe oder links. Jetzt, wenn dort dann der Text kommt, Trickschiff Reise nach Norden. Dann stelle ich dann das Ding ober links aus. Ist Schneedorf. Hab ich gemacht. Ach. Alter Schof. So, und da ist schon mal das Dorf. Der Tierpfleger. Kann man den jetzt holen? Der will einfach nie. Alter, du baust das aber ab. Alter, ich dachte sie nicht flatschen. Du baust das aber ab. Alter Scheiß. Ich weiß nicht was da passiert, aber da sind Typen die sind saumächtig. Dann wird das erlaubt. Was ist denn der Apfel? 3.000 Leben. 3.000 Leben. Warum ist das so dunkel? Ach, das ist egal. Da rechts, da ist ein Leder zum Beispiel. Ah, die haben einfach alle so eigene Häuser. Bei uns ist eine Kommune wo alle zusammen waren. Komm mal, da. Der hat sogar eigentlich ein Bad. Der hat nicht einfach das Scheißhaus direkt nach dem Bett. Der hat gar kein Bett. Ja, da geht man hin, ne? Wie kommt man da hin? Rechtsklick. Und war da halt schon, ne? TNT? Nicht, nicht der Schalter bin ich dort wahrscheinlich. Scheiße. Also, ich sah da kurz, da vorne, da oben ne? Da, da, da in den Spinnennetzen, da sind anscheinend königliches Ei drin. Und wenn man die kaputt haut, dann kommt ein Boss. Da oben, da oben direkt. Siehst du das? Da steht königliches Ei. Und wenn du da drauf hauscht, dann spawnt der Boss. Und da sind halt mitte drinnen. Ja, ja. Und da gibt's relativ. Ja, du kannst das wohl anscheinend aufheben und dann benutzen. Was ist das? Ja, das ist einfach eine Spinn. Latsche. Ich muss den Staubsaugen. Problem. Bei mir ist Laub im Zimmer. Problem ist halt, wenn du volle Kanne da rein schießt, schießt du aufs Ei, dann kommt der Boss. Was sind das drin? Hallo? Hallo? Ja, tut's aber leid, ich hab nix verstanden. Ist relativ laut. Ja, und das war ein... Ah ja, das was du in den Inventar jetzt hast. Ja, ich hab aber nix drin. Du hast doch aber aufgehabt, oder nicht? Ja. Aber ich hab's! Ich hab's. Ich hab's im Winter, aber warum auch immer? Hab ich eigentlich 39 Eissperren? Ja, die kann man wohl schmeißen, hab ich auch noch nie benutzt. Ich dachte, ah, das ist eine Waffe, aber das ist wie die Ninja Sterne. Weißt du? Ich meine, und da ist wohl Lema? Bisher hast du noch null... Null was? Warum sind wir denn da drin? Oh, das kann ich nicht so sterben. Weil brauchst du nicht. F*** die nicht. F*** die nicht. Ich bin immer so stark. Du bist so stark. Ich krieg die gar nicht runter. Ich? Ich mach gar nix. Wie unser Viecher. Das ist in der Ruhe und alles. Und da drin? Und? Aber ich hab kein Platz. Ich bin nicht mehr das Zeug. Oder da auch noch Zeug. Alles überall voll. In dem Ewel. Ach du Scheiß. Du hast nicht gesagt, dass wir da im Paradies sind. Warst du da doch noch nicht? Berholt? Also ich war schon da drin, aber nicht lang. Wer ist das? Da hat mich das Spiel nicht Postvertrieb. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub's nicht. Und wenn ich dann in der Stadt abreise, dann ist nix mehr nix mehr da oder was? Ja, das du kannst. Man kann dann einfach auf eine neue Map gehen. Ich war ja schon kurz auf der Wüste Map. Oder? Da sind nicht mehr so dicke Spinnen drin im Schaustaus. Mensch, der Dunkel. Wann kommt denn jetzt das Zeug? Was? Wann kommt denn das Zeug jetzt, wo ich brauch? Das ist Zufall. Das ist Diamante in Minecraft. Da ist ja nix beleuchtet. Da ist ja nix beleuchtet. Da ist ja nix beleuchtet. Ah! Merkeel! Ah! Der Merkeel läuft verstarb. Gewiss Warte, tschüss Brauchst du von niemandem Angst zu haben? Du machst das, wenn ich Angst hab Ich mach dir mal Ich mach dir mal Ich mach dir mal Da ist er auch voll Ich weiß nicht, warum ist denn da? Oder wo ist ein Vampir? Ist das gut? Da links ist Oh, was ist das? Frost Sentry? Oh ja, die flatschen so einfach Oh, das sind A-Welle, bei einer der Leinwelle Kann ich sie aufhören Auch da Die Spinnerweber respawner Ja So, das musst du abbauen Mit einer Axt-Hacke Wiederholst du? Ja Warte mal, hör man Da ist immer eins drin Jo Beim Vergleich bei dem anderen Da ist mehr drin Wie bei Eisen Also du immer Das ist eher wacher So, das sei ja schon Ja, jetzt aufhören Jo Ja, fahr mal Das kenn ich nicht Was ist Redstone? Oder Cooper? Ja, Cooper. Ja, Alter, da geht's noch weiter. Da kannst du jetzt alles bauen, was du wolltest. Beleichtung. Verk Kyoto. Deine Grenzen. shocking Pietresg OC, Oh ja, ich weiß nicht, was du sagst. Danke. Boah. Kehle alone. Boah scheiße, hat mich erwartet, dass er die Kehle da abreißt. Gehle. Was denn Gehle? Links ist noch mal so ein Ei. Wacht, passen. Ja. Ich lasse den Drang. Boah. Ja, da ist noch so ein Ei. Ja, Ei. Ich weiß nicht, was man so damit macht. Du schwörst ein furchtbares Scheu-saal. Ich kann dann später in die Basis bauen oder du es auch wieder in. Mal das abbauen. Soll ich mal abbauen? Na ja. Oh. Oh, ne ist die Krüße. Oh. Was? Ich habe es aufgebaut. Der Bus ist gekommen. Ne, wir sind da drin. Renn weg. Ja, komm da oben. Stemm die ab. Ja, aber ich weiß nicht. Wir müssen nur wo hingehen, wo man mehr ausweichen kann vielleicht. Ich weiß. Ja. Saust du so einfach? Kannst du den ja auch so. Oh. Hä? Hä? Alter. Oder sie? Wo ist es nicht so weit nach, oder was? Ist der leicht markiert eigentlich? Ja, ne. Achso. Ich muss jetzt von daheim wieder mit dem Schiff. Das ist gleich. Ich denke schön, ja. Also klasse. Na ja, ich weiß nicht. Oh, ne. Das ist super. Alter. Was soll ich denn jetzt machen? So rausgehen, oder? Nein. Ich weiß nicht, ob ich die packe. Also ich habe sie nicht gepackt. Das kann ich ja schon mal sagen. Sie hat 8000 Batsche. Was ist eine Batsche? Bläver. Ja. Das geht doch. Das ist ja nichts. Du müsstest ja gleich tot sein. Ja, und die... ... klatscht mir auf die Kehl. Ich bin direkt an der Läder, dass ich in der Theorie direkt entkommen kann. Wenn du mich geheilt hättest, wär ich nicht gestoppt. Ich kann nicht heilen. Ja. Neues Heiler. Ich bin hoch. Von der Woche. Ich weiß nicht, was ich... Es ist da leicht markiert. Alter. Ich kann gerade nicht gucken. Und ich habe ihn mit ihr und ich bin und ich habe ihn mit der Leube. Ich habe ihn mit der Leube. Man kann vom Potfikieren. Ich habe ihn mit der Leube. Und dann können wir den Leube. Und ich habe das, was ich wirklich mit der Leube. Ich hab schon das Sack viel Tränk gegluckert und die reißen mir trotzdem fast die Kehle ab. Aber du darfst nicht in dem blauen stehen! Übernicht geht die Leiter nur. Wieso, was ist denn jetzt? Dein Kehl ist verstanden. Oh nein, oh! Soll ich auch rausgehen? Dann die spawnen, glaub ich. Ah, okay! Gut, und jetzt darfst du das blauen, ey. Darf man das nimm? Okay, 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 okay! Oh! Ah, das ist blaue. Du darfst schnell nehmen. Ah, aber schuldig. Darkbinder, dann hat er das einfach abgehauen. Warum hab ich ihn noch? Hä? Was hat man du dann noch im Inventar? Ja, ja. Hat du sogar nicht alles weg? Was, was lighten denn da? Einfach random Sachen? Na, ja, ja. Was ist denn? Ich wollte nur bescheuze, dass es Spaß macht. Hm, ja. Wieso sind wir so schwach, hm? Na ja, weil ich nur Scheißdreck auch hab. Und du? Na ja. So abgehauen wir uns das ganze Sachen. Du hast genau das selbe Zeichen. Bis auf... Ich hab noch so Schu... Nee. Irgendeine DL hab ich mehr auch, ja. Du Läppchen-Sau. Du Läppchen-Sau sind braus. Und ich... Nett. Und ich hab gemerkt. So, was ist denn jetzt? Hm? Hat sich's jetzt aufgekommen? Ist jetzt alles weg, was ich hatte? Danke. Danke. Ich denke, du bist schon... So. Ach, das ist ja wirklich dunkel, man sieht nix. Hm. Danke. Hast du dir Fackel oder was? Natürlich nicht. Nicht. Ich bin grad gestoppt mit allem meiner Sache. Ja, ich hab einfach so noch. Fast allemal so. Jo, jo. Was ist denn denn denn? Der denkt immer dahinter hin. Wunderkehler. Was ist denn denn denn? Der denkt immer dahinter hin. Wunderkehler. Makesp Çu женщin. Ah. Wunderkehler. auch die kehlen da werden ja das noch mehr echt unfassbar wie du Licht machst ja bist du rentiert? ja aber du hast ja auch eine goldene Axt du hast eine Hacke und Geaxt du hast die goldene Axtkrieg ich hab nur eine goldene Hacke Nähstein wenn man da ist will ich kann nix machen macht Spass ich weiß auch nicht was soll man jetzt machen einfach gehen oder oder die Spinne Königin Latz ich bin die Spinne Königin wo ist denn die? ich bin doch bestimmt wieder spawne ich hab zwei königliche Eier im Inventar die sind Eier? ja na naja was doch ich kann zu spawne naja die machen wir nicht nochmal oder? so da ist da irgendwo da sind eine Eier drin ich hab mein bestes Gap ja dann war nicht hast du dein bestes Gap? ja du nicht? doch ich schon hättest du dein bestes Gap hättest du gepackt? also warum soll ich das jetzt machen? mein bestes Gap hättest du gepackt? mein bestes war nicht genug aber dann will mein bestes Gap hättest du gepackt? glaub ich auch du wo machen es denn? ja aber man kann das genau aber man kann das so gut wegrennen weil da unten ist so eng und tight wo? so wo wir jetzt grad sind ja deshalb hab ich ja gesagt in der Basis so ja wenn man so spawne kann ja das ist die Freunde die latzen und wir rennen dann einfach weg ich wünsche ich so ein Ei mit Heim nehmen und spawne ja die waren ja nicht da nur das essen wenn ich ja werd ja aber nicht dass die Bernadette sterben das will ich nicht wieso? was ist denn das? was ist denn das? ja fahrt denn der hin? ja du kannst stolzern der fahrt fast hä? der fahrt irgendwo hin? du weißt nicht mehr wo wir spielen ja du kannst eh stricken du kannst zurückfahren ja du kannst eh stricken du kannst zurückfahren wir müssen da aber x letzter tot oder so Hilfe! Hilfe! was denn? dann steil halt aus was denn? dann steil halt aus komm mal mit uns ich bin ausgestiegen kannst du mich heilen? ja soja dann können wir da raus geh jetzt du hast alles was du willst du hast deine so sackviel blauer Dinge komm ich nehm noch welche mit blick der bauer ich will die bauern 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 ja die will nicht du aber wirst der magier der will auch nicht alter der tat auch sogar mit dem stab der ongler der ongler der will nur wenn der onglet ist dass du ganz genau riesig du bist der und So, gehen wir. Ja, das ist der Magier. Der will nicht. Ja, hast du Seile? Ja, hab Seile. Und der Panker? Panker. Ach, sehr wohl und dann 200 Münze. Der will zweimal Tempo trank. Den könnte man sogar theoretisch... Oh, den kann ich mitnehmen. Ja, aber nicht. Dann nehmen wir mit. Ich müsste irgendwo noch so ein Alchemist-Typ sind. Dann... Was will der? Ja, der will Resistenz trinken. Ne, danke. Der... Ja... Der... Zweimal Angriffstempo trank. Hm. ... 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 Das ist so ein Arschloch, hat sie bestimmt aufgekrabbelt und in die Drohung getragen. Das kann gut sein. So waren sie wahrscheinlich auch mal schäher und so. Stehen die da zu fünft in der Dier? Die hat wissen nicht was er machen soll. Jo, du leinst fünf Bette im Container. Hast du wohl nicht Buhnen gelegt oder? Nee, das ist geil. So kann ich einfach was auf die Punte werfen und das Land dann mag ich. Scheiße, was sind die Letterteppiche, wo ich geklaut hab? Das sind die Norge, das jetzt was ich von dem Dich von Dich von Dich von Dich von Dich von Dich. So, ich dachte, die ich habe auf, ich 친 jetzt auf die ich machen. So kann ich... Soit ist echt gut. Soit empfangen der Dich von Dich von Dich von Dich von Dich von Dich zu sagen. Das war's für heute. ist ja war ein 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 ich Das war's für heute. Ich habe ihn nicht umgeschaut, aber wahrscheinlich. Vielleicht ist es wirklich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja. So. Und jetzt? Jetzt läuft es an dir. Soll man laufen gehen und dann die Spinnen spawnen? Ich weiß auch nicht, ob das geht überhaupt. Es wird ein furchtbares Scheusal. Achso, es muss in den Schneehöhlen verwendet werden. Ah, Bennet. Ja, aber dann muss es ohne Sinn unbedingt. Schneehöhlen. Dann musst du halt nur Gedanken machen. Da sieht man... Sand. Achso, ich fand die Tränke brauchen wir Fische und so. Fische? Ja, kann ich nicht ab sei. Man kann halt, wir können uns mit Tränke vollpummen. Haben wir ja genug. Ja, was macht die so? Ja, ne. Der ist geil. Da wird man uns nicht brauchen 10 Minuten. Was sieht er, ist schnell. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Warte mal Ich dachte das jetzt war dich ok Ich werfe da jetzt von allem mit ranke Das ist doppelte Wahnsinn Von allem was machen bleibe ich dahinter hier Außer Angeltrank oder willst du denn auch? Ja, wollte ich eigentlich auch Ich glaub das sind alle wo wir hohen oder? Ah ist ja super Der Resistenztrank und der Kampftrank Der wichtigste haben wir beide, nur ammo Kommt ja nicht mehr angeln vorher mal ok Wir angeln einfach mal Also vor allem Wo kriegt man Glasflasche her? Wo kriegt man Eine Glasflasche her? Auch mal Um jeden Trank zu bauen Einmal 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 Aber im Altymetisch sehe ich jetzt auch nichts Glasflaschen Das ist eine Glasflasche Hm. Jetzt heißt es, Vicky, Glasbottel, in der Forge macht man eh Sand drin, weil sie nicht erklärt. Und Sand kann man einfach am Alchemitisch verstärkt tauschen. Ja. Okay, also. Du, 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 da warst du immer ab, aus Sand. Dauert halt ewig anscheinend. Was rauskommt, okay. Gut, und wie krieg ich jetzt eigentlich eine Angel? Gibt's mal eine Angel her, Bernhard? Die kann man einfach bauen mit dem Holz. Ambos? Gibt's da bessere Angel? Holzangler oder gibt's? Gibt's kein anderer, genau. Bernhard, jetzt angeln wir mal rund. Auch nicht. Kann ich an die cool Droge hier von den Beebles. Da ist Holz drin. Ja, aber ich habe jetzt schon zichten Holz. Auch ein Schössling. Da sind die Schösslinge da drin. Ah ja, das sind Schösslinge. Schössling geht da ein Eichensetzling. Die Angel. Was an der Werkbank, kann man das machen? Ach ja, doch. Oh, ein Eisebach. Wir brauchen Eisebach. Da hast du eine Eisebarre noch Oh Gott So, Angelroute, soo Und jetzt, wo haben wir noch so Kölner? Scheiße, ich hab die immer weggeschmissen, glaub ich Ja, ich hab Wurmköl, da bin ich nur da Ja So, irgendwo ist ein Stubwiller drin So, Wurmköl, da hab ich Gut, Bernhard, dann kanns hier losgehen Angelst du oder du angelst schon? Ja, nein Wer bepelst dich? Wie angelt man? Wenns macht, belatscht Dann ist einer drauf Ein Lachs Und ein Halbfisch Warum sollen wir eigentlich selbst angehen? Wie fährst du, wenn wir Angler einstellen? Wenn wir den Angler zu holen Brauch mal geangelt zu holen Geangelt zu holen Bei mir kommt keiner Wo? Ich hab schon vier verschiedene Fiecher Ja, das Irgendwann da Weiß da bitte ab Ich hab einer Karpfen Karpfen Wenn ich hier Horelle Halt 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 Verdoppelt das Schwimmtempo Ist doch kurz von außen 200. Vor allem war er mal die Anna Sierra jetzt? Ja, ich wollte mich gerade gefragt, ob er hier andere geriet. Oder ich glaube es gab noch andere Köder. Ich erinnere mich, dass es nicht nur die Wurmköder gibt, sondern noch was. Hab ich das gekriegt, als ich Gras abgehackt hatte? Für die Sichel? Ne, wo kriegt man die noch immer her? Bäh? Das ist wirklich einfach. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Jetzt. Man kann wohl auch unter den Maps angeln im Wasser oder weg. Das heißt, die Fische, die du da hast, sind vielleicht nur vier verschiedene. Mehr wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Hast du auch Fressfisch? Das ist der wo der Ongel auf der anderen Map wollt, glaub ich 5 Stück oder so Ja, das ist der wo der Ongel. Ich schau dir. Ich bin so einig. Gets! Oh, Sö. Du weißt, dass du jetzt auf und vorstest. Wenn du das anders steckst, dass ich mir das vorstellte, dadurch, dass wir das geangelt haben, keine Mako dann an die Katrank braucht. bekenner gesundheitstrank brauer tempo trank am regeneration strank und der angriff trank bergbau trank ja was ist packt man die königin also wie sieht es denn aus mit fallen können wir fallen bauen ich bin kein fallexperte das letzte monstensel wird Benhard? Ja. Ja, Benhard. Wie geht's? Gut, an selbst. Gut, an selbst. Wir lassen jetzt die Spinnenkönigin. Ach, du Scheiße. Also, ein Trink noch dabei. Welcher muss ich nicht verstehen? Was verstehe ich nicht? Warum bei der Chef im Drog keine Fresse ist? Ja, weil sie so schnell leer fressen. Das kann nicht Sinn. Ich kann das nicht verstehen. Wie kann das Sinn? Wo ist Weizen? Ja, das ist ein Satz auf und nennen. So allein hunderter Batzen Weizenfahnen. Ja, ja. Habe ich schon mehrmals drin gemacht. Zwei Minuten ist es leer. Weizen, Samen. Lohn sich jetzt hin. Mais brauchen wir nicht. Das wird eh nix gäst von uns. Du hast die Rechnung, da findest du nix. So, drückst du einfach auf auf den Inventar sortieren, Knopf schon installiert. Noch was? Ähm. Also, aber noch mal Alphabet schon mal nix. Oh. Achso. Wenn man den Knopf drückt, dann ist alles von Meulen an den Omen in dem Ding, oder was? Ja, die stehen mitten in der Nacht, weil Weizen gewachsen ist. Oh, die Tüten, die Tüten. Oh, die Tüten. Oh, die Tüten. Oh, die Tüten. Ah. Hast du eigentlich nie Hunger? Besser und lauern So, Bennet, du hast einmal deinen Trank Oh, ich hab da alle gehabt Werf mir die Tränke wieder rein Ich werf da mal ganze Fisch rein Wenn du da Fisch rein darfst, werf ich auch mal ein Fisch rein Lachs, du hast so glücklich, einfach Lachs, ey Bin ich glücklich Ich strahle über alle Ohren Jetzt muss ich da unten noch in die Droherslayer Wo so alles da unten Hallo, hallo, hallo So, die Tränke nehme ich jetzt alle, oder was? Was? Halt schon, nein, dann gäbe ich mir da recht Warum? Das ist aber fair geteilt, dann, oder was? Na, wieso hab ich nicht mehr an meine? Ich hab da auch nichts Oh, ich hab' mir schon genommen Die Zeit läuft ja nicht schnell Ja ist egal, ich nehm so alle mit, dann schmeiß ich sofort, nehm ich so alle, dann schmeiß ich das andere halt hin. Das ist ein schönes Creed. Wenn wir jetzt in die Höhe gehen, stehen wir da und sie kommt nicht. Warum nicht? Weil ich das Ei noch holen muss. Wieso gibt es das keine? Vielleicht. Also ja, aber wer weiß wo. Oh, der Baba macht noch die Spinnenkönigin um. Dann geht der Mockhauts zu der Bernadette. Sie bliecht so und streckt die Erbennummer aus. Die Spinnenkönigin. Die Spinnenkönigin. Die Spinnenkönigin Darin ziehe, links klick, rein ziehe, links klick, rein ziehe, links klick. Einfach dann sogar Feuerresistenz dran gehen. Lernen ist einfach, dass man da nix sieht und da unten ist dunkel und... Dann hat der oberleinsaal öffnen. Ich stelle jetzt immer in einem anderen den ersten Slot ziehen, dann links klicken. Ich bin der erste Slot ausgewählt. Was soll ich denn mit dem Tempo dran gehen? Nee, ist nicht. Einfach alles genommen. Was will ich denn mit irgendwas? Was soll ich jetzt alle nehmen? Jo, mach doch, er wollte einen gar keinen. Ist egal. Ich hab's alle genommen. Echt so. Wie viel sind denn das? Ein paar. Sind es drei? Ja, sechs Stück. Vier hab ich. Wer noch, wann geht's denn los? Jo, komm, ich spawne sie jetzt. Soll ich sie spawne? Ja. Bist du dich schon gespawnt? Ja, soll ich sie spawne? Boah, schmeißt du Speere? Ja, jetzt hab ich nicht gerechnet. Was, was blau? Wenn das blaue andere kurz berührst, kriege ich sofort schart. Alles von blauer Pisse und mal Fiescher, die gehen gar nicht auf. Die Pisse, die Pisse, die Pisse. Aua, Alter. Da pissen die nicht, die Pisse. Oh, hallo. Das alles funktioniert. Hallo. Das ist blau. 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 Ja, hallo. Ja, super. So lange wie ich so sperrig hatte, war alles geil. Aber dann... Mit der Waffe machst du halt null Schade. Ja. Ja. Die ist so scheiße. Ja, die ist noch besser als das was ich hab. Ja, der C. 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 ist noch 20er. Ja, der C. 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 Ja. Ja, das muss noch mal versuchen. Nicht nur Hand zuvor ist so gut. Das sind dann. Ja, Bernhard. Wieso? Ich hab's bei dich schwerer. Wenn ich nicht wüsste, wo ich bin. Ja, immer noch kein Facki. Oha. Ja, man muss... Oha. Ja. Ja, das scheiße müssen wir erstmal unser Viecher noch mal spawnen. Dann wollten wir gerade hin. Ja. 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 Ich hab's schon nicht spawnen, aber nicht. Ich hab kein Ei. Wir müssen uns suchen. Ich hab erstmal die Dinger durch. Ich mein, wir können die ja trotzdem so hinlaufen dann. Ja, aber... Hm, hm. Hm, hm. Das sagt vieles und das nicht. Sag ich da, wie sie sich. Ich hab einfach mehr gehabt. Ja. Ich hab da jetzt halt die Hälfte... Ich hab da die Hälfte gehabt von... Ein Ende, wo i Schattenbräufe. Wie, oder wie, bei der so gewesen ist sie... Müsst ihr... Müsst ihr nicht lappen. Ist ein Holz geboren? Ja Sehr klar, wieviel Holz? Genug verfacken? So, hast du ein paar, willst du noch mehr, da hast du noch? Das ist stark, so den Fakkel hab ich noch nie gesehen Oh, please, let my Kale alone Oh, scheiße, Mais Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay So, die Kale So, die Kale Oh, die Leute So, die Kale So, die Kale So, die Kale So, die Kale So, dann warten wir mal kurz, bis wir wieder voll sind vielleicht, weiß ich auch nicht Wann wird man voll, wenn man voll gefressen ist, oder was? Wenn du Lagerfeuer hieß, dann können wir voll Lagerfeuer da Na, war du? Ja Ja, du kannst schon's bauen, wenn du holz hast Ja Ich kann nicht nur die Werkbund bauen, weil ich nur Neuholz hab Ja, nicht, da kann man gar kein Lagerfeuer bauen Doch, doch In der vierte Reihe Da hast du C-Holz und 20, ey Ja, und jetzt soll ich A zünden, oder was? Achso Puh Ja, und jetzt Oh ja Oh ja, doch, das heilt zack schnell Wenn man außerhalb vom Kampfen ist Wie machen wir das jetzt mit dem Essen? Mit was? Mit dem Essen? Ist nix dabei, oder was? Hey, ich hab doch mal so eine Lunchbox gehört Wo ist denn die? Ah, der Oven Wo ist drin? Da ist keine Tomate drin Achso, egal Ah, ja, glauben wir auch noch einfach nur Grins Wenn er denkt hat, du kannst einfach die Lunchbox ohne Rind ziehen und wenn du dann links klicken machst, fressst er einfach raus Du musst nix so manuell Ja, das ist ja viel besser dann Vor allem denk dran Vor allem denk dran als ob ich's mal gewiss hätte Das ist klasse Ja, ich So Ja, okay, hast du die Eissperre und die Ninja-Sterne? Es geht noch nicht los Wusste ich nicht Als allererstes muss man das Vieh da weg Und dann muss da ein Tunnel noch ungebohrt werden Wusste ich nicht Wusste ich nicht Ach, ich hätte Angst Danke Da war der Gold In so reichem Sterbauer wie du In so reichem Sterbauer Wie du im Holzabbau Bis Ich weiß mich ganz so klein Und dann gehen wir auf ans Lagerfeier Ich bin Ich vermute Ich bin Ich bin Ich bin Das war's. So, jetzt alles noch. Pff, ja, ist immer so, wenn du sagst, du wärst du stark. Okay, ohne Michael, doch flieh noch über mich, Rutschler. Ich kann nicht gucken, ob ich im blauen bin und schieße gleichzeitig. So. Geht. Oh ne. So schnell. Was ist denn der Scheiss? Die ist so schnell. Die gast oder die gast wie ein Ochs. Das ist so Schwachsinn. Pack dich, pack dich. Kann ich dich beleben? Oh, weil ich die ganze Zeit da stehen muss, die ganze Tränke noch aktivieren. Ja, es macht Spaß. Jetzt müssen wir acht Stunden wieder durch die Gäsen fahren. So. 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 Du musst dich aber schnell retten Wenn nicht, hast du den Frostpiercer? Ja Oh MHOHOHOHO . Ja Continue N編 Da raten wir uns mal aus und nir Tomorrow die bern OR Ja Above Nobody das dinge aktiviert in das lot drin als waff und auch noch ein werkzeug verlängere was werkzeug verlängere dann habe ich jetzt in jedem slot de waff das echt schön schlauer gemacht du einfach hinaus denkst du mir dann einfach wieder hast du eigentlich wirklich overwatch kauf